Die mecklenburgische Stadt Sternberg liegt etwas ab vom Schuss, mitten im Land zwischen Güstrow und Schwerin. Das Sternberger Land gilt als Geheimtipp für Naturliebhaber, ideal fürs Biken, Wandern oder Angeln. Am 6. Mai feierte die Stadt ihren 775. Geburtstag zusammen mit dem Landesrapsblütenfest mit einem großen Festumzug. Eine ganze Region war auf den Beinen. Wo groß gefeiert wird, darf die Politik aus Land, Kreis und Stadt nicht fehlen. Seit dem 1. Mai ist die neue Bürgermeisterin von Sternberg im Amt, Katrin Häse. Die Wahl hatte die SPD-Kommunalpolitikerin mit 38 Stimmen Vorsprung im Februar gegen Amtsinhaber Armin Taubenheim von der CDU gewonnen. Am 6. Mai feierte sie nicht nur Stadtjubiläum und Rapsblütenfest, auch ihren 50. Geburtstag. Die Sternbergerin weiß, was die Stadt stark macht. Der Zusammenhalt in der Stadt, dass man sieht es heute auch, wir haben ganz viele Schaubilder, wir haben ganz viele kleine Betriebe, die heute auch in unserem Festumzug dran teilnehmen. Und das macht Sternberg aus, der Zusammenhalt. Weil wir in schwierigen Zeiten zusammengehalten haben und in guten Zeiten können wir feiern. Die Geschichte der Stadt zieht in verschiedenen Bildern vorbei, angefangen bei den Slaven im 9. Jahrhundert bis hin zu den FDJ-Lern aus DDR-Zeiten. Gerade weil Sternberg entfernt von größeren Städten liegt, wird es von den Menschen als regionales Zentrum angenommen. Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim ist der Stadt nicht nur aufgrund der Namensgleichheit zugetan. Wenn man hier nach Sternberg kommt, wenn man sich das alles mal erlebt, wenn man unten am See ist oder die Vereine hier, es gibt ein ganz reges Vereinsleben hier, das ist ein großer Zusammenhalt. Und wenn man sieht jetzt hier 775 Jahre, wie hier seit einer Woche, wie viele Veranstaltungen stattfinden. Das Stadtrilief, was wir über die Sparkassen unterstützt haben, das Heimatmuseum, was gerade überarbeitet wird. Also hier entsteht wirklich viel. Und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat sogar Verwandte in Sternberg. Die Welt ist klein. Sie freut sich auf die vielen Feste, die 2023 endlich wieder ohne Corona-Auflagen stattfinden können. Es ist total wichtig, dass endlich wieder diese Volksfeste, Dorffeste und Stadtfeste stattfinden. Man sieht es ja auch, die Leute kommen, egal wie das Wetter ist. Ich glaube, wir haben alle wieder Lust, zusammen zu sein. Und dieses Zusammensein, diese Gemeinschaft, dieses Stolzsein auf die eigene Heimat ist auch ganz wichtig. Gerade in diesen Zeiten, die ja auch nicht so leicht sind. Immerhin ist ja heute auch Rapsblütenfest. Auf der Bühne sticht die Rapsblütenkönigin deutlich heraus. Für den Präsident des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpommern ist die Pflanze für die Bauern in vielerlei Hinsicht von Bedeutung. Raps ist eigentlich eine der Lösungen für unsere Probleme, die wir in dieser Welt haben. Sie liefert Eiweiß und sie liefert Öl, das heißt Energie und wertvolle Nahrungsmittel. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Raps ist einer der Schlüssel für die Ziele, die wir als Landwirtschaft haben. MV1 gratuliert natürlich auch zum Stadtgeburtstag und verabschiedet sich mit Impressionen vom Umzug. Raps ist einer der Schlüssel für die Ziele, die wir als Landwirtschaft haben. Raps ist einer der Schlüssel für die Ziele, die wir als Landwirtschaft haben. Raps ist einer der Schlüssel für die Ziele. Untertitelung des ZDF, 2020